In deinem Leben, ein Volk kommt für dich am Tag, wo ich bleibe. Im Land und die Ukraine sind dabei. Es ist das größte Manöver seit vielen Jahren und hat bereits vor Beginn zu Verstimmungen mit Russland geführt. Das Manöver sei ein Relikt des kalten Krieges, so die russische Kritik. Die NATO hat russische Beobachter zu der Übung eingeladen. Das ist das größte Manöver. Das ist das größte Manöver. Das ist das größte Manöver. Das ist die zweite große Demonstration in der Bretagne innerhalb von zwei Wochen. Die Regierung von Präsident Hollande befürchtet, dass die Unzufriedenheit auch auf andere Regionen übergreifen könnte. Zum Protest aufgerufen hatten Gewerkschaft. Ich glaube, dass es nicht eine große Rolle in seiner Premier League war. Und vielleicht ein paar Leute waren ein bisschen überraschend gegen Arsenal. Ich glaube, wir alle haben. Wir haben nur ein bisschen überraschend. Hold on, es ist vorbei. Und ich sende euch das Signal von mir. 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 ohne Sabine Durchsuchen Und ISH dass sie ein Paulus hatte ein Wannschau. Komm rein. Ich fährt zuerst selber. Und ich? Ich hätte ein bisschen mehr Glück verdient. Ja, vielleicht ist das Glück näher, als du denkst. Komisch, sich das vorzustellen. Meine jüngere Schwester Alexandra, sie gehört in der Familie doch eher zu den leichteren Fällen. Ja, vielleicht ist das ein bisschen mehr Glück. Ja, vielleicht ist das ein bisschen mehr Glück. Ja, ich hab's nicht mehr Glück. Ja, ich hab's nicht mehr Glück. Ja, ich hab's nicht mehr Glück. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020